Wenn ich an Dolby Atmos denke, dann freuen wir uns als Bundesliga, dass es soweit ist. So klingt die Bundesliga und jetzt geht es auch ins Wohnzimmer und man spürt, wie die Bundesliga klingt. Wir versprechen uns vor allem, dass wir dem Fan noch besseres Medienprodukt bieten können, zusammen mit unserem Medienpartner Sky und vor allem die Fans noch näher an das Spielgeschehen im Stadion und auf den Platz heranbringen können. Es ist ein Jaes, als wenn man im Stadion sitzen würde und ich finde das einfach mal so sensationell. Ich bin zu Hause, sitze auf der Couch und habe das Gefühl, ich bin irgendwo in der Südtribüne oder Nordtribüne, wo auch immer, wo der Punk abgeht. Diese Mikrofone werden alle einzeln angesteuert, gehen über eine Glasfaserleitung in ein Mischpult. Wir haben uns dafür entschieden, alle Signale an einen anderen zentralen Audioraum zu übermitteln und das ist auch neu, wo dann die Skalierbarkeit und Individualisierbarkeit möglich ist. Also ich muss sagen, es ist, wenn man am Fernsehen guckt, es ist wie, viel besser als es macht es richtig zu einem Erlebnis. Ja, es ist schon emotionaler als jetzt, das ist immer die klassische Frontbeschallung, wenn du das Gefühl hast, das kommt so von überall, das ist ja eher Stadiongefühl als jetzt das klassische TV-Konsumieren. Es war wie im Stadion, Sound von überall, wie bei einem Blockbuster und ich brauche es auf jeden Fall auch für zu Hause. Es braucht natürlich ein Dolby-Atmos-fähiges Endgerät, einen Dolby-Atmos-fähigen Fernseher in vielen Fällen und deswegen sind wir auch sehr nah im Austausch mit Sky. Wir haben endlich den besten Sound, den hatten wir zwar vorher auch schon, aber jetzt mit Dolby-Atmos haben wir sozusagen das beste Bild kombiniert mit dem besten Sound und wir versprechen uns einfach ein einzigartiges Erlebnis für unsere Kunden. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020